In B als erstes, ne? A du? Ja, B. Cardi, nimmst du MP oder AR? MP. Nimm die Bombe. Einer ist hinter Headlitch. Einer ist hinter Tuch. Ah, fuck, der Job fang. Tuch oben. Tuch hab ich. Headglitch war noch einer. Ich leg die Bombe. Seitlich. Cardi, guck du n Tuch. Ich hab nur ne MP, das ist schwer. Charge is set. Achter. Warte, ich komm. Headglitch. Headglitch hab ich. Headglitch down. Noch einer ist jetzt, aber achter. Ja. Good job, Squad. Get ready for the next round. Nach Offensiv Panisch ich schon rein. Defend the objectives. Defend, schon out, up. Ah. Art unten und out oben. Eh, out oben meine ich. Unten auch. Ah, immer noch out top. Out oben down. Schön. Einer noch. Oh, lol. Good job, Squad. Get ready for the next round. Bombe gedropped, Art unten. Ha, ha, ha. Switching sides. Äh, Punish willst du die MP nehmen? Kann ich machen, ja. Gut, dann nehm ich ja, ja. Amma ja letztes Mal auch so gemacht, oder? Mh. 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 Mega-Stand, ja. Headglitch ist einer. In der Küche ist auf jeden Fall jemand drin. Hintertuch. Huch oben. Angehittet. Er ist stark weak. Erst erst kommt einer. Den hole ich, den hole ich. Erst erst. Plente Richtung. Boah. Richtung A. Richtung Mitte. Einer noch. Bomb is armed. No. No. Sorry. Oh du Arsch noch. Ey ey ey. Keine Beleidigungen hier. Oh du Sack. Alter. Ich hab mich schon voll gefreut. Oh, der ist aber gut umgekippt, der. Wie lecker ich, Mann. Hat's bei mir aber wieder rumgeleckt, ne? Macht defensiv Punish. Ja, ich auch. Art oben. Ist übel weak. Unten an dem Stein, Kati. Kommt bei dir vielleicht schon recht. Er hat sich, er ist weg. Er ist im Kreis drin. Bei Schwarz hab ich ihn. Art oben. Art unten down. Schwarz. Ist der letzte. Geht in den Kreis. Schön. Ahem. Alles in Kreis. Solid execution. Good job. Die A rein. Oh. Bringt da nen Timer, ne? Der ist jetzt... Oder ist der drin? 8 Sekunden. 8 Sekunden. Kannste ne Stun länge schmeißen. Ach, genau. Schmeiß ins Stun. Stun. Mitte gestunt. Ich bin auch Fullstun. Da kamen 2 Stunts bei mir. Hab ich dich gestunt, doch? Sorry. Geh du in die Mitte. Auf dem Weg. Er ist in der Mitte. Wasserfall. Er ist auf mich fixiert. Hab den. Noch einer. Einer noch. Guck die Boa. Er ist noch bei blau ganz hinten. Ja, der läuft hinten über deren Spawn. User left your channel. Er campt irgendwo hinten denk ich mal. Ich bin im Shop drin. Ich sehe, wenn er aus dem Grasstreifen kommen könnte. Also... Hm? Der Baseball ist an sich safe. Wie kämmt er denn? Zero. Nicht challengen. Ich challenge nicht. Ich bin da hinten denn sinnlos. Er ist bei sich im Spawnhaus unten. Linkst du rechts. Oh Gott, rechts ey. Boah, der ist ganz hinten. Wo sonst? Ja. Alter ey. Boah, ich hab den Übel angefangen, Alter. Na, ich hab auch nur ne Kugel oder zwei gebraucht. Switching Sides. Search and destroy. See. Jupp. Neutralize the objective. Charges acquired. Bann Mitte. Einer kommt Mitte, Debo. Aaaaah. Ich sag's ne Sekunde früher. Er ist schon wieder Richtung deren Spawn gegangen. So genau der. Ich geh aus Shop raus. Geh x rum. Hätte der Bomber. Nein, dann Baseboard. Geht Grasstreifen. Noch drei Stück, ne? Kati geht wo außen rum und guckt dann auf den Karten. Nein. In der Bombe. Nach Bombe, Bombe, Bombe. Boah. Habe ich voll verrascht. Ich hab keinen Überblick gehabt wo die waren. Ja. Hat man gemerkt. Ich hab' in den Kopf, das ist ja geil. Ich hab' nach tenschung. Wir sind in den Kopf. Wann schaff' du da drinnen? Eine AR oder MP? Naja. Hier? Ja. Nein. Ich meinte, wenn du Shop gehst. Ach so. MP? MP? Ah gut. Mitte einer drinnen hab ich da vorne geflasht bei blauer Dock. 1 OB Grasstreifenbereich. Mitte ist offen ne? Ja. Oh dear. Down. Nein, no, no. Gehen auf A. Die Spawns sind total scheiße, wa? Gav Controller ohne S. Gav. Gav Jump ohne S. Gav Controller. Habt ihr das auch? Ja, ja, Gav Interrupted, ja, ja. Loll. Was war das denn? Geile Killcam, oder? Nice host. Voll gescafft. Ich geh mit, ich geh mit. Gestand. Gestand, Wasserfall. Nochmal gestand. Ich bin da, ich baut es. Zauber. Komm leg. Rot ist einer. Hab ich. Mitte. Schön. Gehen. Der hat seine Granate aber früh gezogen. Gehen bitte. Boah, was haben wir denn für scheiß Spawns. Passiert. Mach den zweiten, pannst du erster. Jo. Nichts gesandt. Wir sind rechts hinten im Shop. Hat da jemanden was sagen? Bitte ist gar keiner. Außen bei Divo, außen Clero. Der hat nach hinten geguckt gerade. Immer noch. Er ist leicht wie. Auf dem Grasstreifen außen, oder? Ja. Grasstreifen ist er irgendwo. Hab ihn. Nochmal einer. 5. Oh, lol. Ich hätte ihn noch gekriegt. Ahem.